So, wir versuchen es nochmal, herzlich willkommen zu Omis Monday Talk, heute nach dem zweiten Advent, jetzt funktioniert es, jetzt kann ich meine Gäste nämlich markieren. Ich bin gleich bei euch, so, jetzt funktioniert es, hallo, liebe Eva, würdest du dich bitte nochmal einwählen? So, ich ziehe mich. Eva. Hallo. Entschuldige die kurze Verzögerung, ich hatte ein kleines technisches Problem hier bei mir am iPad. Alles gut. Also ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen und an euch, die zuschauen, wenn ihr technische Probleme seht vom Ton und vom Bild, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und ihr könnt natürlich der Eva auch Fragen stellen, wir werden sie dann versuchen, zwischendrin einzubauen, so ihr denn welche habt, was mich sehr freuen würde. Und ich würde damit beginnen, dass ich dich vorstelle, liebe Eva, und dann steigen wir ins Gespräch ein. Sehr gerne. Also ich habe für dich die Headline gewählt, was ich über deinem Leben, über deine Geschichte sehe. Wenn du deine Berufung zum Beruf machst, dann arbeitest du nicht, dann lebst du. Sie ist eine warmherzige, ambitionierte und starke Frau, welche ihre Berufung zum Beruf gemacht hat und mit ihrer Geschichte Vorbild für viele junge Menschen ist. Sie hat erfolgreich eine Ausbildung zur Winzerin gemacht und vertiefte ihr erlerntes Wissen, unter anderem in einem Auslandspraktikum in Neuseeland. Aber sie hat einen Traum, ein Ziel vor Augen und baute das Erlernte weiter aus, indem sie ihren Techniker und Wirtschafter für Wein und Önologie erfolgreich abstoß. 22 Jahre arbeiten sie erfolgreich am elterlichen Weingut Müller von Wölstein im schönen Rhein-Hessen. Ihr Ziel, den Familienbilder der nächsten Generation weiterführen. Tradition und ihre Familie sind zwei der wichtigsten Pfeiler im Leben von Eva. Eine junge Frau, deren Lebensgeschichte mich vom ersten Moment an begeistert hat und lebt ihre Berufung jeden einzelnen Tag. Liebe Eva, was war deine Intention für dich, diesen Beruf zu ergreifen, der Winzerin? Ja, ich kann es ja nicht anders. Ich bin ja damit groß geworden im Betrieb und als ich dann den Wunsch meinen Eltern geäußert habe, dass ich gerne Winzerin lernen würde, war meine Mama war zuerst ein bisschen geschockt. Weil sie gesagt hat, du bist nach dem Realschlaf, du bist gerade mal 16, das ist ein sehr männlicher Beruf, du bist nicht so stark wie ein Mann, mach doch erstmal eine Ausbildung im Büro. Und dann Praktikum in den nächsten Ferien gemacht, in der Kellerei im Büro und ich fand es total schrecklich. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, ich setze mich nicht acht Stunden in den Büro, das ist nichts für mich. Und dann habe ich in den nächsten Ferien in der gleichen Kellerei dann nochmal ein Praktikum gemacht, dann im Keller. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, das würde ich machen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann bewerbe ich mich machen. Was ich sehr spannend fand, ist, dass du ein Auslandspraktikum in Neuseeland gemacht hast, was ja ein wunderschönes Land ist, mal daneben Weihnachten gesagt. Welche Erfahrungen hast du denn aus dieser Zeit mitgenommen? Also ich bin ja dorthin und hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich da mache. Das war auch, glaube ich, ganz gut so, weil sonst wäre ich so aufgeregt gewesen. Und so habe ich gedacht, ja, ich fliege mal hin, mal gucken, was da so los ist. Und ich habe dort nicht nur gearbeitet, sondern bin auch gereist. Und was ich halt an Neuseeland so toll fand, einfach war die Einstellung der Menschen. Die Leute sind unglaublich nett. Und was ich so schön finde, die haben ein ganz anderes Verhältnis zum Essen und zum Trinken, sag ich jetzt mal, ja. Bei denen ist es egal, da brauchst du kein dickes Auto, so wie in Deutschland, damit du irgendwie was beweisen musst. Da fährst du die letzte Schrottkarre, ist wirklich so. Aber dafür gibst du dann auch Geld aus, wenn du essen gehst. Und das finde ich halt schön, ja. In Deutschland ist es so, ich kaufe mir einen Weber Grill für ein paar tausend Euro und lege da ein Würstchen für 89 Cent drauf, wenn es überhaupt so viel kostet. Und das fand ich einfach so schön. In dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, waren 45 Praktikanten. Und dann hatte ich in meinem Haus, in dem ich gewohnt habe, mit noch drei Deutschen, eine aus Chile, eine Französin und eine aus England. Und wir haben immer sechs Tage die Woche gearbeitet und irgendwann hatte jemand anderes frei. Und dann hieß immer, ja, derjenige, der frei hat, muss dann kochen für den Rest, der abends von der Arbeit kam. Und dann hat die Chilenin mal für uns Empanadas gemacht. Das war so geil. Das ist halt so eine Erfahrung, das würde ich überhaupt nicht mehr missen wollen. Ich war zwar nur in Neuseeland, ja, aber ich habe auch andere Kulturen kennengelernt, dadurch, dass ich halt mit Leuten aus ganz, ganz vielen anderen Ländern noch zusammengearbeitet habe. Und das war halt so eine schöne Erfahrung. Ich werde nie vergessen, aber wollten wir auch irgendwas kochen und unser Dosenöffner ging nicht. Und dann hat im Nachbarhaus so eine alte Omi und ein Rappi gewohnt. Und dann bin ich da rüber und habe gefragt, ja, ob sie uns die Dose aufmachen könnte. Und die war gerade in der Garage und hat gesagt, ja, ja, komm mit. Und dann laufe ich bei der durchs Wohnzimmer und der Opa liegt auf der Couch. Und dann sagt sie so, ach, ignorieren Sie doch einfach. Also als ob ich ihr Enkel wäre, ja, so ganz offen einfach. Und ich glaube, in Deutschland ist es so, wenn jemand Fremdes bei dir an der Haustür klingelt und fragt, ob du mal auf die Toilette darfst, ist es schon so. Das ist man halt einfach vorsichtig, Decker. Und da ist es einfach, die Leute sind viel offener. Und das hat mir einfach so gut gefallen in Neuseeland. Was hat denn Neuseeland mit Wein zu tun? Ziemlich viel. Also in Neuseeland ist es so, da wird sehr viel Sauvignon Blanc angebaut. Und das ist halt meine Lieblingsrebsorte. Und das war dann auch für mich der auslaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Neuseeland. Ja, und dort ist es halt so, es gibt sehr viele größere Betriebe, nicht so wie bei uns. Klar gibt es bei uns auch viele große Kellereien und so, aber dort ist es normal, dass die Betriebe schon ziemlich groß sind. Und in dem Betrieb, in dem ich jetzt gearbeitet habe, das war ein Riesenbetrieb. Also vergleich mal bei uns mit einer Kellerei. Und das war aber für mich auch irgendwie, vorher war mir das nicht so bewusst, wo ich dann da arbeite. Ja, ich habe gedacht, ich bewerbe mich mal. Und die waren die Ersten, die zugesagt haben. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich da halt hin. Und bei uns ist es so, in Wölstein, wir haben 120 Hektar Rebfläche. Rebfläche und in dem Betrieb, an dem ich gearbeitet habe, die hatten allein 1000 Hektar an einem Stück Bein. Wow, wow. Und dann kam es hin und das ist so, oh. Ja, das war halt schon eine Erfahrung wert. Ich muss sagen, ich habe mich ja heute, also ich habe mich versucht gut vorzubereiten. Das ist ja für mich ein Feld, wo ich völlig unbedarft bin. Also ich habe mich heute auch mit Barrex-Fässern und was soll ich sagen, was zu Wein dazugehört, damit ich, wie soll ich sagen, auch vorbereitet bin. Also falls ich was sage, was total lächerlich ist und nicht das irgendwie, dann sag mir das bitte. Ich lerne gerne. Und wie soll ich sagen, du hast ja deinen Techniker und Wirtschafter für Weinbau und Önologie, also dein Wissen damit ausgebaut. Kann man das vergleichen mit einer Ausbildung zum Meister? Also in vielen Handwerksberufen gibt es ja den Meister. Kann man das vergleichen? Also man kann auch den Winzer Meister noch machen. Das ist aber keine Vollzeitschule. Und der Wirtschafter und der Techniker sind halt je ein Jahr Vollzeitschule. Und ich würde sagen, das ist sogar noch ein bisschen intensiver als der Meister. Und ich habe halt gesagt, ich möchte es in einem Rutsch durchziehen und nicht ewig warten, bis ich dann doch letztendlich voll im Betrieb bin. Und dann habe ich mich halt entschieden, den Techniker zu rufen. Was heißt Technologie? Erklär es mal einfach. Ich glaube, das, was im Keller passiert einfach, die Weinbereitung. Okay. Was ist denn, also jetzt mal abgesehen natürlich von deinen Eltern, wer ist denn, wenn, oder gibt es ein Vorbild? Also ich habe ja eine klassische Berufsausbildung gemacht von drei Jahren. Und in der Landwirtschaft ist es normal, dass man jedes Lehrjahr den Betrieb wechseln kann. Habe ich dann auch gemacht. Und das erste Jahr war ich im Weingut Pause in Flohnheim. Und ja, ich würde sagen, die haben mich am meisten geprägt, weil dort war ich wie Elien-Mitglied. Der Betrieb war ähnlich von der Struktur wie unser Betrieb. Und der Chef, der Herr Pauser, war ein alter Berufsschulkollege von meinem Papa. Ja, und die Tochter heißt auch Eva und mit der hatte ich halt viel zu tun. Das waren einfach so, wo ich sage, das war der Betrieb, also da habe ich mich einfach heimisch gefühlt. Und wenn ich da heute noch hinkomme, probiere mir noch Wein und es ist einfach schön, da immer wieder hinzukommen, wenn man irgendwas hat oder mal was Neues ausprobiert hat. Auch jetzt im Techniker hatte ich meine Technikerarbeit. War auch ein Ausbau von einem Weingocktail. Da habe ich den auch mal vorbeigebracht und habe gesagt, hier, probiert mal. Wunderbar. Und ja, ich muss immer wieder sagen, mit 22 Jahren hat diese Frau schon... Also ich bin begeistert. Ich habe schon damals im Telefongespräch gesagt. Du arbeitest ja seit Juli diesen Jahres jetzt erfolgreich am Weingut deiner Eltern. Also du bist jetzt quasi mit der Ausbildung, mit allem, was dazugehört, fertig. Vielleicht kannst du ein bisschen was über die Geschichte von eurem Weingut erzählen und was ist das Besondere an eurer Region und an eurem Weingut? Also unsere Familientradition ist eigentlich noch gar nicht so alt. Ich sage immer, bei uns ist es schon wie ein bisschen wie bei der Bibi Blocksberg. Die wohnt auch in Blocksberg. Bei mir ist es so, ich heiße Müller und wohne in der Mühlenstraße. Und das ist einfach so, mein Opa war ursprünglich gelernter Müller. Also die Mühle ist auch noch im Familienbesitz. Die gehört meiner Tante. Und es war wohl schon immer Weinberge im Familienbesitz. Aber das war nie das Haupteinkommen. Und eigentlich war die Mühle der Betrieb, wovon gelebt worden ist. Aber dann wurde das halt immer schlechter. Und dann war noch Vieh im Betrieb und halt Landwirtschaft. Und als es dann mein Papa so weit war, dass er den Betrieb übernehmen sollte, hat er gesagt, das ist mit dem Vieh, das macht er nicht. Also ich bin auch früher reiten gegangen. Und da hat er mir gesagt, also wenn du dir mal ein Pferd kaufst, ich nehme nie wieder eine Mistgabel in die Hand. Und deswegen, der Papa hat dann Winzer gelernt und hat dann den Weinbau weitergeführt und auch den Ackerbau. Und wir haben vor 15 Jahren ein Gästehaus gebaut. Und dann haben wir noch ein Jahr den Ackerbau mitgemacht. Aber dann hat mein Vater gesagt, nee, das geht nicht, das ist zu viel auf einmal. Und dann haben wir mit Ackerbau aufgehört und machen jetzt nur noch Weinbau und halt das Gästehaus. Und ja, jetzt, also ich bin auch ganz froh drum, weil ich bin kein Ackerbauer. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen Männersache. Ich war auch Traktor und so und hab da war auch Spaß. Aber ich sehe mich jetzt nicht einen Tag auf dem Acker den ganzen Zeit zum Traktor fahren. Das heißt, dass ich dem Gasthaus, wenn ich da ganz kurz nochmal anknüpfen darf, ist das dann so ein Gesamtkonzept? Also bringt ihr den Leuten, die zu euch kommen, sind das Weinkenner oder sind das Urlauber, die einfach mal Urlaub im Rennwein machen wollen? Also es ist unterschiedlich. Der größte Teil sind einige Stammkunden, die dieses Jahr da waren. Die haben auch gleich schon für nächstes Jahr gebucht. Das ist eigentlich so das meiste. Wir haben in Rheinhessen, sind wir dabei, die Touristik weiter anzukurbeln. Also das ist auch das Ziel von Rheinhessenwein, unserem Verband. Es wäre schön, wenn wir noch ein paar mehr Touristen hier hätten, dass man auch Unterdessen noch ein bisschen vermieten könnte. Wir haben hauptsächlich nur am Wochenende vermietet. Und wir haben das einfach damals gemacht, weil es ist so, die Leute wollen Wein trinken und probieren. Und danach sollen sie sich nicht ins Auto setzen. Und das war dann eigentlich der Grundgedanke, warum wir das Gästehaus gebaut haben. Also ihr könnt gerne mal auf die Website schauen, wenn ihr Urlaub machen wollt bei der Ilka und ihrer Familie. Dann könnt ihr gerne, ich denke, wie viele Zimmer habt ihr bei euch im Gästehaus? Fünf Zimmer, also fünf Doppelzimmer. Wow. Ist natürlich auch eine schöne Gegend. Ich war noch nicht in Rheinhessen, aber ich kann es mir vorstellen, die Bilder, die ich mir heute angeschaut habe, das ist eine sehr, sehr schöne Region. Gibt es so eine Jahreszeit, wo es am besten ist, dann zu euch zu kommen? Also am schönsten ist natürlich im Herbst, weil dann die Weinlese ist und dann erlebt man auch was. Dann riecht es überall nach Wein und nach Ernte und das ist einfach schön. Aber im Sommer natürlich auch. Also auch im Frühjahr, wenn alles anfängt zu wegwachsen und dann ist auch eine schöne Zeit. Aber für mich, ich sage immer, ich bin Herbstkind, das ist die schönste Jahreszeit. Was macht dir denn dein Job? Ich habe besonders viel Freude, liebe Eva. Dass es so vielseitig ist, ja. Ich sitze eigentlich selten oder mache selten eine Woche jeden Tag das Gleiche. Also ich glaube, das kommt eigentlich nie vor. Ich mache auch oft an einem Tag nie acht Stunden das Gleiche, dass es einfach so vielseitig ist. Ich habe Kundenkontakt. Wenn ich meine Ruhe haben will, dann gehe ich in den Keller. Und dann sage ich immer, dann gehe ich zum Lachen in den Keller. Oder ja, es ist halt alles möglich, sage ich jetzt mal. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Gibt es das überhaupt, einen typischen Tag? Nee, eigentlich nicht. Also es ist so, da wir ja ein typischer Familienbetrieb sind, das heißt, ich wohne mit meinen Eltern unter einem Dach. Es ist so, wir frühstücken morgens gemeinsam, besprechen, was so passiert am Tag über. Dann ist es meistens so, ich gehe als erstes mal in unser Büro und gucke, ob Leute Wein bestellt haben und gucke, was so passiert ist über Nacht. Und dann, je nachdem, was gerade für eine Jahreszeit ist und was zu tun ist, wird dann gemacht. Also im Moment ist es so, wir sind halt jetzt voll im Weihnachtsgeschäft. Wir fahren seit Ende Oktober jede Woche eine Weintour. Also wir fahren selbst Weihnachten aus in ganz Deutschland. Jetzt fahre ich die Woche mit dem Papa nach Nürnberg und noch ein bisschen weiter. Und ja, da sind wir jetzt dabei, die Weine versandfertig zu machen. Wie viele verschiedene Weine produziert ihr denn so im Jahr? Wir haben über 30 Weine auf der Karte. Wow. Also Rot, Weiß, See, alles dabei, oder? Was das jetzt für ihr? Also wir haben 50 Prozent Rotweinanteil im Anbau und 50 Prozent Weißwein, genau die Hälfte. Und ja. Du hast ja schon gesagt, dein Lieblingswein, ne? Ja. Was hast du denn, hast du im Kühlschrank, also ich frage jetzt mal was, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, hast du in deinem Kühlschrank nur Weine aus dem älterlichen Weingut oder probierst du schon auch mal andere Weine aus? Also es ist tatsächlich so, ich habe von meinen Eltern zu meinem Wirtschaftsabschluss ein Weinkühlschrank geschenkt bekommen. Wow. Moment, ich kann Ihnen auch mal zeigen. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass ich gerade mal geguckt habe, was ich für Weine im Kühlschrank habe, weil ich gedacht habe, ich könnte dir mal eine Flasche von mir auf den Tisch stellen. Es war tatsächlich eine Flasche Wein von uns im Kühlschrank. Das ist alles fremder Wein. Also ich sage auch immer, das ist sehr wichtig, weil, dass man einfach mal weiß, was es sonst noch so auf der Welt gibt. Das ist Wein, den ich mir tatsächlich selbst gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Manchmal ist es auch so, dass man unter Winzerkollegen mal Wein tauscht. Und ja, oft ist es so, wenn jetzt zum Beispiel am Silvester, wird es auch wieder so sein, dass wir da ganz, ganz viele Weine probieren werden. Und das meiste wird eigentlich, also da sind noch mehr dabei, die Wein interessiert sind oder auch in Betrieb daheim haben. Da ist meistens so, da wird nichts auf den Tisch bestellt oder vielleicht mal eine Flasche oder so. Aber oft ist es dann wirklich fremder Wein. Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Man sieht ja immer, ich bin kein Weinkinner. Also ich oute mich sozusagen. Ist das, wenn man das so sieht, wie die Leute den Wein verkosten mit diesem übertriebenen... Muss man das machen? Ist das so oder wie funktioniert das? Wie schmeckt man oder wie probiert man einen guten Wein? Wie läuft das? Ja, also es gibt wirklich Leute, die es übertreiben, wo ich mir dann auch denke, nee, das muss jetzt nicht sein. Also man kann auch Wein leise probieren. Wie ein bei uns in der Klasse, der hat auch mal so übertrieben probiert. Da haben wir uns immer schon alle angeguckt, so... Klar, es macht Sinn, dass man beim Trinken mit, sag ich jetzt mal, damit einfach der Wein ein bisschen mehr an die Luft kommt und sein Aromen weiter entfalten kann. Aber es ist jetzt nicht notwendig, dass man so... macht ja... Wie viele Weine kann man denn am Stück so probieren, dass man wirklich auch noch die Feinheiten rausschmeckt? Ja, also wenn man den Wein wieder ausspuckt, dann natürlich mehr, weil anders wirkt er ja natürlich auch irgendwann und dann schmeckt man gar nichts mehr. Es kommt immer drauf an. Also wir haben von unserem Jungwinzerfein machen wir immer so eine Blindprobe, wo wir alle möglichen Weine von den Betrieben blind probieren. Und dann sind das auch schon so 30, 40 Weine, die wir dann in einem Abend probieren. Das heißt, ihr habt dann schon ein bisschen blau, oder? Entschuldigung. Am Anfang wird auch immer noch schön gespuckt, ja, dass man denkt, man nimmt es sich ja dann vor, aber irgendwann schmeckt es ja dann doch. Aber du bist ja auch, also ich habe heute lange nach dem Wort gesucht. Ich hoffe, ich habe das richtig auch gesagt, man eigentlich Weinkreationen, so wie du das auch machst. Ist das das richtige Wort? Ja, kann man schon so sagen, ja. Dann lass uns doch mal über deine letzte Kreation sprechen. Welche Unterkennern, wie ich heute gelesen habe, eine sehr gute Kritik erhalten hat, der José Le Monde 2017. Wie müssen wir uns denn den Weg von der Idee zur Umsetzung eines neuen Jahrgangsweines vorstellen? Also bei dem war es jetzt ein bisschen speziell, weil ich muss sagen, ich trinke nicht gern Rosé. Ich trinke oft so süß und ich trinke aber nicht gern Rosé. Und dann war es 2017 so, im Herbst, dass ich zum Papa gesagt habe, boah, ich trinke nicht gern Rosé. Ich würde mal gern Rosé machen, der mir schmeckt. Und das ist ja dann noch so. Ja, toll. Ich lese. Ich kann mir jetzt einfach mal sowas überlegen. Ja, haben wir einfach mal drei Reihen aus drei verschiedenen Weinbergen zusammen gelesen und geguckt, was draus wird. Und der Name kommt daher, wir waren früher in Rheinhessen französisch, war französische Besatzungszone. Und deswegen sind bei uns ganz viele französische Begriffe noch hängen geblieben. Also zum Beispiel Trottowat, Trottstein oder Portmoney für Geldbörse. Und der andere, das habe ich aus der Lameng oder das habe ich aus der Lameng gemacht. Und das heißt ja so viel wie aus der Hand geschüttelt. Und dann haben wir gesagt, ja, das passt ja bei dem Wein. Der war ja so spontan mal so aus der Hand geschüttelt. Und ja, dann habe ich das reichetiert. Dann heißt das Lameng. Ja, also ich hatte nie französisch. Ich spreche es einfach so aus, wie wir es bei uns in Rheinhessen aussprechen. Und der ist ja sehr gut in der Kritik angekommen. Das heißt, wenn ihr so einen neuen Wein rausbringt, kommen dann Kritiker automatisch zu euch, die dann auch Weinkenner sind und über die Weine schreiben und das publizieren oder wie funktioniert das? Also das war jetzt tatsächlich so, dass ich ihm, also den Weinblogger da geschrieben habe und habe gefragt, ob er nicht mehr was von mir probieren will. Und dann habe ich gemeint, ja klar, schick mal was. Und dann habe ich ihm halt mal so ein Probepaket geschickt. Ach, schön. Gibt es denn was, was du jetzt gerade so im Petto hast, was gerade in deinem Kopf als Idee entsteht für einen neuen Wein? Ja, das wird jetzt auch im Herbst schon umgesetzt. Also das nächste ist ein Riesling trocken aus einer Lage. Aber da will ich noch nicht so viel verraten. Ich muss erst mal gucken, ob das so was wird, wie ich mir das vorstelle. Worauf bist du denn besonders stolz? Rückblickend von deiner Entscheidung, Winzerin zu werden bis jetzt? Also ich sage mal so, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Und jeden Morgen, wenn ich mich nicht bin ich froh, dass ich das machen kann, was ich mache. Und das ist eigentlich schon so, worauf ich stolz bin, dass ich nicht sage, boah, ich habe keinen Bock jetzt aufzustellen. Ich will lieber liegen bleiben. Ich gehe mit Bauchweh auf die Arbeit und das kommt halt bei mir nicht vor. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn man das liebt, was man tut, dann arbeitet man nicht, man lebt. Ich sage auch immer, dass wenn man das, was man macht, gern macht, dann macht man es auch gut. Weil wenn man irgendwas nicht gern macht, klar, es gibt auch Arbeiten, die ich nicht mal so gerne mache. dann ist es auch so, das macht man dann einfach nicht gut und dann ist man hinterher enttäuscht von dem Ergebnis. Und so ist es halt auch beim Weinen. Ich mache es gern und dann sehe ich es auch ein Morgens vielleicht mal im Herbst, wenn Lese ist und es brennt, dann sehe ich es halt auch ein Morgens mal früher aufzustehen, weil ich das gern mache. Und da kommt hoffentlich auch was Gutes dabei raus. Ich habe heute mal so ein bisschen, ich darf das, weil ich den Talk führe, ich darf auch mal was, ich habe ein bisschen auf deinem Profil mich mal umgeschaut und war relativ berührt von deinem letzten Post, den du da gemacht hast. Also sie ist wirklich eine ganz, ganz warmherzige junge Frau. Du hast ja eine Auszeichnung letztes Jahr gehabt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wein, Weinkönigin oder was war das? Ja, ich war Weinkönigin von unserer Verbandsgemeinde. Also Verbandsgemeinde in Deutschland ist das. Und das ist so, dass ich, also wir waren zwei Mädels die Sophie und ich beworben haben, gibt es halt wirklich eine Wahl. Und ja, dann wurde ich Königin und hatte ein wunderbares Jahr mit der Sophie. Also ich würde das nicht mehr missen wollen. Das war so eine tolle Erfahrung. Ja, wir haben über 70 Termine gehabt und die meisten zusammen. Und der Abschied ist uns dann beiden sehr, sehr schwer gefallen. und im Mai war dann unsere Abkrönung und uns war irgendwie schon zwei Monate mindestens vor, klar, wir werden heulen, ja. Aber dann haben wir angefangen mit unserer Rede und haben halt schon nach dem ersten Satz auf der Bühne gestanden und geweint und haben dann gedacht, okay, das ist so schlimm. Was ist denn dein großes Ziel oder was treibt dich an? Ja, Ziel ist es eigentlich, genau, das ist so ein bisschen, das habe ich in Neuseeland so ein bisschen für mich festgestellt, dass es für mich, dass die Leute merken, das, was vor Ort ist, ist doch schon super. Warum muss ich Sachen kaufen, die es in anderen Ländern gibt, wenn wir doch in Deutschland top eigene Produkte haben, also dieses regionale Denken ist für mich so wichtig geworden, das hätte ich nie gedacht, also ich habe mir ja früher einfach keine Gedanken gemacht und mein Ziel ist einfach, dass die Leute sagen, lieber zum Winzer vor Ort, das muss jetzt nicht mal bei mir sein, es gibt so viele Winzer, dass ich meinen Wein beim Winzer kaufe und nicht unbedingt beim Discounter. Und dass die Leute einfach merken, ja, ist es vielleicht schon besser, wenn es quasi handgemacht ist und dass man merkt, dass die Leute, die sich Mühe gemacht haben mit was, dass es dann, dass es einfach gewürdigt wird. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, den Leuten zu ermitteln, ja, es ist doch schöner, da hinzugehen und sich einfach beraten zu lassen, ja, klar, es ist einfach im Internet zu bestellen, aber zum Beispiel, ich bin kein Handwerker und ich bin froh, wenn ich ins Bauhaus gehen kann und sagen kann, mein Papa schickt mich, ich brauche das und das, jetzt sagen Sie mir mal, wo ich das bekomme, ja, und das gibt es halt bei einem Discounter nicht oder nicht bei Amazon oder... Ja, es ist glaube ich auch so ein bisschen das Zelebrieren, ja, gerade im Akrax-Kreis ist ja doch was, es ist ja doch was Besonderes, ja, man kauft sich einen guten Tropfen, den man sich ja nicht jeden Tag kauft und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Weindiebhaber, also mein Nachbar zum Beispiel ist ein Rotwein-Fan, ne, und ich versuche natürlich, also ich, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber als ich noch Wein getrunken habe, war mein Favorit der Lugana und da gab es bestimmte, gab es bestimmte Regionen, wo ich den wirklich auch gern getrunken habe, weil der schmeckt überall auch anders natürlich, ne, also das ist schon was, hat auch was mit Zelebrieren zu tun und das kann ich nicht, wenn ich in den Supermarkt gehe, rasch in den Korb stelle und fertig, dann fehlt so dieser besondere Moment, darum finde ich das großartig, wie möchtest du das denn machen, dass du das den Leuten näher bringst? Ja, das ist so eine schwierige Sache, klar, mittlerweile soziale Netzwerke, Instagram und alles ist, wichtiger denn nie und ich glaube, das ist auch, dass man sagt, Leute, ey, hier ist was los, lass mal da hingehen, also wir hatten zum Beispiel, weil mir dieses Regionale so wichtig ist, ich hatte im Sommer eine Veranstaltung, die hieß Augen- und Gaumenschmaus und da habe ich eine Modenschau veranstaltet, wo junge Designer, also drei Mädels, selbst genähte Dinge präsentiert haben und das ist so, Leute geht aus dem Haus, seht, was es vor Ort gibt und dann kostet es halt ein bisschen mehr, aber ich weiß, wo es herkommt und dass es gute Qualität ist und ich glaube, mit so Veranstaltungen, den Leuten bewusst zu machen, noch nicht mal, denen ist es wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, dass sie damit irgendwie was Besseres kaufen oder so, aber einfach, ja okay, dann lass uns doch heute Abend mal hingehen, vielleicht schmeckt es ja und dann können wir ja beim nächsten Mal wieder hingehen oder zum Beispiel eine war dabei, die selbst Taschen näht, ja, wer kann dann sagen, ja, ich habe eine Tasche, die hat sonst keiner, ja und es ist von jemandem genäht, der bei mir in der Nachbarschaft wohnt, so auf die Art, ja und es ist natürlich auch so, dass man die Menschen auch immer bewusster werden, dass man auch weiß, was kaufe ich da, was ist drin, ist es auch nachhaltig, ist es auf natürlicher Basis entstanden, ich glaube schon, dass das eine Zukunft hat, man muss es halt nur in einem guten Paket, wie du es schon gemacht hast, auch da sollten präsentieren, ich glaube, dass das ein guter Weg ist, den du da gehst. Das Weingut deiner Eltern, das Weingut Müller, ich habe übrigens auch die Website oben in den Text, bitte reingeschrieben, also schaut auch noch mal wegen dem Gästehaus, das ist, also ich werde es im nächsten Jahr mal noch, sehr gerne. Weingut Müller ist ja ein traditioneller Familienbetrieb, wie du gesagt hast, du hast ja vor, den in der nächsten Generation weiterzuführen, was bedeutet für dich denn ganz persönlich Familie und Tradition? Familie sehr, sehr viel, also es ist, meine Schwester hat ja dieses Jahr geheiratet, und da wird einem erst mal bewusst, was das doch, also was Familie für einen ist. Da kriege ich schon wieder direkt Tränen in die Augen bei dem Thema. Ja, es ist so, meine Mama sagt immer, meine Eltern sind jetzt mittlerweile auch 28 Jahre verheiratet, und meine Mama sagt immer, bei uns zählt es doppelt, weil sie arbeiten auch jeden Tag zusammen. Also sie sind wirklich immer zusammen. Und ich sage immer, wenn jemand sagt, ja, das ist doch irgendwie auch dumm, wenn du noch daheim wohnst. Klar, ich wohne daheim, aber es ist so, ich habe meine eigene Wohnung unter dem Dach. Und dann ist es auch abends so, wenn wir Feierabend haben, dann gehe ich hoch in meine Wohnung, und dann habe ich auch mal, sage ich, meine Ruhe. Aber andererseits ist es auch schön, wenn irgendwas ist, jetzt gehe ich die Treppe runter und sage, Mama, es ist irgendwas, ich brauche mal deine Hilfe, oder wenn es was Banales ist, ich habe mir neue Klamotten bestellt, Mama, guck mal, wie findest du das? So banale Dinge. Also andererseits ist es auch so, wenn man sich mal streitet, kannst du nicht sagen, jetzt melde ich mich mal eine Woche nicht, und dann wird es wieder gut sein. Bei uns ist es dann halt so, man muss drüber reden, und es klären, und dann ist es auch wieder gut. Aber das ist auch, ich habe, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu meinen Eltern als andere junge Leute, sage ich jetzt mal, weil wir halt wirklich so eng aufeinander sitzen und auch jeden Tag miteinander zu tun haben. Und dann ist es halt einfach nochmal ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Ich finde es großartig, weil das was sehr Wertvolles ist, Familie, ja. Vielen ist es nicht so gegeben, wie dir in der Konstellation, aber ich finde das großartig, wie ihr miteinander umgeht. Du hast mir auch von deiner Oma geschrieben, dass die, wie sagt sie zu Gewitter, wenn es mal gewittert, das fand ich ganz toll, den Satz. Ja, meine Oma sagt immer, Gewitter reinigen die Luft, also wenn es mal streit, gibt es es gar nicht schlimm, weil dann ist es danach meistens besser. Das heißt, es ist bei euch relativ unkompliziert. Ihr kriegt das immer zusammen hin. Ja, dann sind wir schon sozusagen fast am Ende. Jetzt kommen noch meine sechs Fragen, die ich jedem Gast stelle und ich würde die jetzt einfach mal rausschießen und dich bitten, ganz spontan zu antworten, meine Liebe. Liebe Eva, was ist dir wichtig? Wichtig ist meine Familie für mich. Also die stehen an allererster Stelle und da gibt es auch nichts anderes. Was macht dich glücklich? Das war mir auch die ganze Zeit nicht so bewusst. Das hat letztens meine Mama mich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar war es so, das war ein spontaner Tag und meine Schwester und ihr Mann und meine Oma und mein Opa waren gerade alles gleichzeitig zufällig. Und dann hat die Mama gesagt, ach komm, fahr noch schnell Brötchen holen. Wir essen zusammen Abend. Und das war so, ich mag das, wenn wir alle an einem Tisch sitzen, das gar nicht geplant ist und einfach zusammen einen schönen Abend haben. Das ist so für mich, was mich glücklich macht. Alle zusammen an einem Tisch und ja. Kommt es auch oft vor? Ich meine, ihr arbeitet ja auch sehr viel. Ja, also es ist so, bei uns ist Wochenende quasi Sonntagnachmittag, weil wir auch samstags ganz normal Weinverkauf aufhaben und sonntags dann auch von neun bis zwölf und dann auch die Abreise der Gäste ist. Und dann beginnt eigentlich, wenn die Gäste weg sind, ab zwölf unser Wochenende und dann ist es oft so, dass meine Schwester mal ganz spontan vorbeikommt. und ja, und dann sagen wir auch mal, ja, wir könnten ja irgendwo noch was essen oder ja, das macht mich dann immer glücklich, wenn es so ungeplant einfach ist. Schön. Das heißt, Urlaub, gibt es sowas überhaupt bei euch? Ja, also es ist so, dass wir im Januar komplett zuhangen, vier Wochen lang und dann fahren meine Eltern in Urlaub und ich mache Haus- und Hofhüter. ist so eine tolle Veranstaltung. Was empfindest du als tiefes Leid? Ja, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Für mich ist Streit ganz schlimm. Also, das ist für mich das Schlimmste, vor allem, wenn es in der Familie ist. Es muss nicht mal bei uns selbst in der Familie sein, dadurch, dass wir halt viel Kundschaft haben, die auf den Hof kommen und dann die erzählen, ja, wir haben Streit in der Familie und so und da leide ich schon immer sehr, also das finde ich schon sehr schlimm, weil ich mir immer denke, weil ich mir das halt nicht vorstellen kann, wie das bei uns in der Familie sein könnte. Also, das wäre für mich das Schlimmste, Streit mit meiner Familie und mit meiner Schwester oder, ja. Du berühst es ganz schön heftig, ne? Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht sein ist, das so Herzensmenschen, dieses wirklich das Herz so auf ihrer Zunge tragen, die trifft man ganz, ganz selbst. Wie war dir das? Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? Dass die Menschen einfach weniger an sich denken, ein bisschen mehr an alle anderen und mal sehen, wie schön es eigentlich vor der Haustür ist, ja, dass man nicht immer, klar, Neuseeland war wunderschön, aber als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, ja, muss es unbedingt sein, dass ich ans andere Ende der Welt fliege, es ist auch wunderschön bei mir daheim. Also, das ist für mich so, wo ich mir denke, man sollte öfters einfach den Moment genießen für das und dankbar sein für das, was man hat. Jetzt hast du nur ein Wort, liebe Eva, wähle ein Wort, das dich beschreibt. Ja, das ist sehr schwierig. Sagen wir mal so vielseitig. Okay. Beschreib mal vielseitig. Wie würdest du das auf dich jetzt umsetzen, vielseitig? Ich habe eine Freundin gehabt, oder habe sie immer noch und sie war auch mal Weihmajestät. Ja, sagt immer Winzerin, es morgens Gummistiefel und abends High Heels. Ich finde diesen Spruch so passend, weil es ist so, morgens stehst du mit der Gummistiefel im Weinkeller und abends hast du eine Weinprobe und kannst da nicht ankommen wie der Bauer. Und ich glaube, das trifft auch ziemlich auf mich zu, dass ich sehr wandlungsfähig bin, in dem, also gerade bei sowas, ja, dass ich nicht immer der Bauer bin, sondern auch mal gerne ein schickes Kleid anziehe und eine Weinprobe halte oder so, ja. Aus deiner jungen Lebensgeschichte oder Erfahrung, die du ja schon, also wirklich in großer Zahl hast, mit dem, was du erreicht hast und was du noch vorhast, was würdest du denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben als deinen ganz persönlichen Rat? Das ist sehr schwierig. Trinkt mehr Rieslingschorle. Sehr wichtig. Ja, ich glaube, also, da fällt mir eigentlich jetzt nichts ein, was ich jetzt jemandem unbedingt so auf dem Lebensweg mitgeben kann, ist einfach nur, seid dankbar für das, was ihr habt. Es gibt immer Leute, stehen gibt es schlechter und genießt einfach mal ein bisschen mehr euer Leben, anstatt 24 Stunden am Tag vorm Handy zu hängen und nicht mitzubekommen, was draußen so abgeht vor der Haustür. Das ist alles gesagt. Und ich weiß nicht, ob du es schon verraten möchtest, wir haben ja im Telefonat besprochen, dass du eine Idee hast, was wir uns finden könnten. Ja, und zwar habe ich, weil meine Schwester kein Weintrinker ist und ich ja im Sommer meine Technik abgeschlossen habe und musste dazu eine Technikarbeit machen und da war das Thema Weingocktails, also automatisierte, weinhaltige Getränke und da hat meine Schwester einen Weingocktail gemacht, der nennt sich Liebe. Und ich möchte ab nächstem Jahr ab einer gewissen Zahl von, also pro verkaufte Flasche und wir noch gar nicht lernen, wie wir das machen, einen gewissen Betrag stiften für einen guten Zweck, weil klar, die Ursprungsidee Liebe war, wenn man geheiratet hat, aber es gibt ja auch andere Begriffe, also Liebe steht ja nicht nur die Liebe zu einem bestimmten Mensch, sondern es gibt ja auch die Nächstenliebe und deswegen würde ich gerne, wenn die Auflage etwas höher ist, einen gewissen Betrag pro verkaufte Flasche, dann spenden. Wie bitte? Darf ich beraten, wohin? Ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Und zwar habe ich die große Ehre und wenn es soweit ist, werde ich das natürlich auch gerne so weitergeben. Eva wird für das Rumänienprojekt spenden sozusagen für die Kinder in Rumänien. Da habe ich auch ganz viel vor nächstes Jahr, was ich umsetzen möchte. Also ich möchte, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass du auch weißt, was die nächsten Schritte sein werden oder meine Idee, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur hilft zu spenden und Kleider runterzuschicken und Spielsachen, das ist auch wichtig, aber um was zu ändern im Leben dieser Kinder, ist es wichtig, dass sie auch innerlich lernen, was Leben bedeutet und möchte dort eine kleine Werkstatt aufbauen. Bin jetzt gerade so ein bisschen am recherchieren, was an Handwerker, 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 Fähigkeiten vorhanden ist und möchte eine kleine Werkstatt aufbauen, wo die Kinder was fertigen können, was basteln können, was dann verkauft werden. Und von dem her, wenn das, wenn das passiert, bei dir, mit dem Liebe sozusagen, und da würde ich mich sehr freuen, weil das wird direkt in diese Werkstatt blieben, nach einer gewissen Zeit, dass wir dann diese Werkstatt eröffnen und einrichten können. Das muss ich natürlich auch alles erst mal abklären, aber vielen, vielen Dank, liebe Eve, für die Idee großartig und für mich sehr geehrt, dass du dieses Projekt in die Nacht gezogen hast. Sehr gerne. Ja, und an dieser Stelle komme ich, bevor ich meinen Überraschungsgast ins Bild hole, meinem Gast für nächste Woche, das wird das große Finale sozusagen dieses Jahr, dann geht Romis Money Talk in die Pause und es gibt Januar wieder. Und ich freue mich, nächste Woche, wo habe ich das? Wo habe ich denn mein Sessel? Mein Sessel, ich muss kurz zu, meine Liebchen, habe ich sie. Ich freue mich, nächste Woche die Brigitte Steinmeier begrüßen zu dürfen. Und bei ihr habe ich eine Überschrift gewählt, Erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst. Und sie kommt quasi direkt aus der Höhle der Löwen, dem erfolgreichen Fernsehformat Startups, das Fernsehsystem, von mir in den Tor. Und Schönheit ist ihre Berufung. Geboren mit einer großen Liebe zur Kunst und Ästhetik nahm ihre Leidenschaft für den Beruf der Visagistin ihren Anfang. Als als zwölfliche Schönheitsbewusste faszinierte es Brigitte, Gesichtszüge zu optimieren, Augenbrauen und Lippen zu mehr Ausdruck zu verhelfen, um individuelle Schönheit zu betonen. Sie fand sich in diesem Thema vollkommen wieder. Ihre Vision war bereits damals, das zeitintensive, tägliche Schminkritual zu verkürzen und perfekte Schminkergebnisse als solche schon kleine Kunstwerke dauerhaft festzuhalten. Bei aller Liebe zur Ästhetik kam ihr Pragmatismus durch. Dass dies später eine Besuchung sein würde, permanent Make-up-Bereich Innovationen zu lancieren, war damals schon ihr Traum. Ihr Weg zur Realisierung dieses Traums beinhaltete einige Stationen. Ausbildungen zur Friseurin, zur Kosmetikerin, Heilpraktikerin und permanent Make-up-Artistin seit 28 Jahren dient ihr als handwerkliche Basis und zum Erfahren aller nötigen Kompetenzen. Ihre Ausbildungen zur Marketingmanagerin und zum Personal Business Coach ausrichten ihr seit 2014 die Vermarktung ihrer eigenen Entwicklung der Diamond Blading Methode weltweit. Frau Steinmeier und ihr Team sind Experten im Bereich permanent Make-up und der neuen Diamond Blading Technik. Brigitte's Diamond Blading Methode wird bereits in 18 Ländern eingesetzt. Ich freue mich, dass sie nächste Woche bei mir ist. Das wird der große Showdown sozusagen von Romy's Sunday Talk. Und an dieser Stelle, liebe Eva, du weißt, ich bin ein Fan von dir und ich bin begeistert von dir. Ich mag junge Menschen, die ihr Ding so zu sehen. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Liebe Grüße an deine Eltern, an deine Frau auch, die ist mir unbekannterweise sehr sympathisch. Ich mag das. Und ja, auch dass du das umsetzen kannst, was du dir, was du uns jetzt heute auch erzählt hast, dass das erfolgreich umgesetzt wird und wir uns dann irgendwann am Weingut Müller auch mal persönlich begegnen. Weil ich war kein Wein-Fan, aber ich bin Obst-Fan. Also das wird für mich ein Fest durch die Weinreben vielleicht mal laufen zu dürfen und mal dran liegen. Wir haben Traumsaft, also kein Problem. Wunderbar. Und an dieser Stelle, ja, wünsche ich euch, liebe Eva, und deiner Familie eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt sie schön gemeinsam verbringen und, ja, von Herzen Herzen alles Liebe an dich. Vielen Dank, dass ich heute auch hier sein durfte. Ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit und ich hoffe, du kommst noch vorbei. Natürlich. Und ihr auch, ne? Also schön auf die Seite schauen, die ist wirklich ganz, ganz toll auch gebildet und erklärt. Und wenn du einen schönen Urlaub mal einen anderen Urlaub planst, ne? Fahrt ins schöne Rheinhessen zur Familie Müller. Findest du uns größte Anbaugebiet Deutschlands. Merkt euch. Okay. Dann würde ich dich jetzt verabschieden, liebe Eva, und wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Ich melde mich dann gleich noch mal telefonisch bei dir im Anschluss. Ja. Tschüss. So, versuche ich mal meinen nächsten Gast telefonisch zu erreichen oder hat sie sich schon eingewählt? Nee, noch nicht. Dann rufe ich die Alexa mal an. Geht gleich weiter, dranbleiben, meine Lieben. Liebe Alexa, du kannst gerne zu uns kommen jetzt. Ich freue mich. So, mein Überraschungsgast ist gleich bei mir mit einer wunderbaren Weihnachtsaktion. schön dranbleiben. Schön dranbleiben. So, dann schaue ich mal, dass ich die Alexa kann ich noch nicht. ich warte noch auf die Alexa. So, ich warte noch auf die Alexa. so, ich hoffe, dass sie dann gleich bei uns ist. ihr könnt natürlich auch einem Überraschungsgast dann Fragen stellen. rufe ich sie noch mal an. Ja, wo bist du? Ich sehe dich noch nicht. Ich habe dich. das ist jetzt nicht wahr. wir hören mal auf zu telefonieren. Ja, probier es dann noch mal bitte. Okay. So, also, die Technik mag nicht so, wie ich das möchte. Ich hoffe aber, dass die Alexa trotzdem gleich bei uns ist. so, der Countdown läuft. jetzt hat es funktioniert. jetzt hat es funktioniert. ein heißes Ich habe euch meinen tollen Überraschungspräsidenten Alexa Beste Freunde erzählen mit ihr und aufbauen. Liebe, liebe Ablöcher, ich kann den Verein Organisationszio Okay, verstehe ich relativ schlecht und ein bisschen abgemacht, aber genau, es geht um den Verein nochmal noch mal in das Video kommen. Ja, bitte. bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. bitte. So, dann lade ich die Alexa nochmal ein. Irgendwas stört. So, hörst du mich zu mir? Es handelt sich um das Projekt Horizont, das wurde gegründet von der Schauspielerin Gunther Speigel 1997 schon und das ist ein Frauenhaus, ein Haus für Mütter und Kinder, die aus physischer wie psychischer Gewalt einfach ihr Zuhause, ihr Umfeld verlassen mussten und in so einem Haus Unterstützung, langfristige Begleitung und Perspektive bekommen. Genau. Genau. Habt ihr euch hier, aber ich kenne euch, Lydia. Also die Lydia und ich, wir kennen uns schon seit wir im Kindergarten sind. Wir sind zusammen in der Nähe von Freiburg aufgewachsen. Unsere Eltern wohnen dort und sind also schon seit wir kleine Mädchen sind zusammen und haben uns dann in den letzten Jahren auch nicht mehr gesehen. Jeder hat sich weiterentwickelt und so sein Leben verfolgt. Und jetzt vor zwei Jahren glücklicherweise hier in München, mehr oder weniger durch Zufall, also so ganz ist der Kontakt nie abgebrochen, haben wir uns wieder getroffen. Wie ist denn die Idee, die du unterstützt hast? Also die Idee kam ganz ursprünglich von der Lydia. Lydia ist die größte Batine Mama und hat viele liebe Mamas hier in München. Und sie sind eine große Gemeinschaft. Und ja, da hat sie einfach mal, also liebe Mamas und auch wir liebe Frauen, sind auch ein paar dabei ohne, also noch nicht Frauen. Und dann hat sie Mitte des Jahres einfach mal diesen Gedanken gepflanzt, ob wir was spenden möchten. Also in der Vorweihnachtszeit, ja, zuerst war der Gedanke, mehr für Kinder was zu spenden, eine Schuhkartonaktion oder die kleinen Kleider von den Kindern irgendwie weiterzugeben. Und dann hat eine Mutter aus der Gruppe, die Lilian, dieses Frauenhaus und den Verein Horizont mit ins Spiel gebracht. Und ja, sie ist da einfach draufgekommen, weil eben gerade solche Vereine oftmals nicht auf dem Schirm sind. Und ja, gerade auch Mütter, nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter, die ja einfach sich lange, lange zurückstellen mussten. Und ja, um stark für ihre Kinder zu sein, denen einfach auch mal was Gutes zu tun und ja, einen kleinen Wunsch zu erzählen. Wie genau, genau Sie, müssen wir uns das machen? Das Projekt, also wir haben uns eben mit dem Verein gesprochen und die kamen dann auf die Idee, dass man ja eine Wunschliste machen kann. Und jede Mutter durfte dann praktisch einen Wunsch äußern. Das sind Gutscheine, Parfum, Bekleidung, einfach irgendwas, was einem gut tut und was, ja, einfach für einen selbst ist. Wir sind dann auf diesem Zettel gelandet, der kam zu uns und ja, wir, also jede Frau, die mitmacht bei der Aktion, kauft oder erfüllt der Fonds von dem Frauenhaus einen Wunsch. Und wir übergeben das, nicht nur, dass wir das einfach dorthin bringen oder zu schicken, sondern wir haben uns überlegt, dass wir einfach zu diesem Geschenk auch noch ein Treffen veranstalten. Und wir haben uns eine Möglichkeit, eine Plattform bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, einen gemütlichen, entspannten Mittag zu verbringen und sich auszutauschen. Ich denke, das hat einen Mehrwert für beide Seiten. Ja, wir haben ja gesprochen, großartige Aktion. Können wir euch unterstützen, wer jetzt schaut? Braucht ihr auch die? Ja, unterstützen auf jeden Fall. Man kann einmal direkt bei dem Verein eben mitwirken, ob Sach- oder Geld spenden oder, ja, am besten ist immer, wenn man sich einfach kurz hingeht oder am Ruf nachsagt, was sinnvoll und was gebraucht wird. Also sowohl dann auch für die Kinder wie für die Mütter, da besteht immer Bedankt. Und für das Projekt, das wir jetzt eben starten wollen oder starten, ja, wäre es eventuell oder wäre es schön, je nachdem, wie wir das aufbauen, nächstes Jahr oder das auch öfter im Jahr zu machen. Da sind natürlich auch die Frauen herzlich willkommen, die sich da auch engagieren möchten. Die Frauen, also wer eben mitmachen möchte, kann gerne der Lydia oder mir schreiben. Und, ja, wir sind da selber, ja, noch in der Anfangsphase und lassen uns einfach mal, ich denke, nach diesem ersten Treffen, ein bisschen weiter inspirieren und schauen, wie wir das auch, ja. Ich finde, ich bin geste indu, das ist ein bisschen weiter. Ich würde sagen, wir müssen die ersten Treffen, drei Fragen oder die erste Treffen. Ich finde, ich arbeite ja, ich habe mich relativ groß, weich wichtig in dem, wenn wir Menschen suchen, denen es nicht so gut tut. Ich höre dich immer noch abgehackt, was im nächsten Schritt geplant ist. Ja, das musst du mir noch mal ganz kurz... Ja, einfach dieses, ja, vielleicht von so einer Wunschzettelaktion, dass man einmal ein Café miteinander veranstaltet, eben vielleicht doch auch mehrere Treffen darauf macht oder irgendwie, ja, auch das nicht nur als eine vorweihnachtliche Spendenaktion laufen lässt, sondern dass man sich längerfristig irgendwie einfach in Verbindung setzt. Ich meine, eben so lange, wie die Lydia und ich uns jetzt kennen und auch generell was für eine, was einfach Gemeinschaft bedeutet oder auch Freundschaft und jemanden zu haben, der für einen da ist, ist, glaube ich, auch der Gedanke, was uns Frauen, die bei dem Projekt mitmachen möchten, verbindet. Ja, das ist einfach eben, ob als Mutter oder da auch ein Stück weit, ja, vielleicht einfach ein Bewusstsein, Gedanken zu planten, auch für die, das spreche ich jetzt, für die Mütter, für die Kinder dann später auch. Und, ja, einfach Kinder. Und deswegen ist eure Akzeption großartig. Ich freue mich, euch mitzulernen und die Aggression zu unterstützen. Ich werde auch Zeit von TV noch mal setzen, wo ihr direkt spendet. Und wenn ihr die aktuellen Aktuellen unterstützen wollt, dann schreibe ich euch an. Ich freue mich, euch zu lesen und die Unterstützung für die Verfahren. Liebe Grüße an Sie. Heute sei es frei sein kann. Der Mann auch weiß. Ich freue mich sehr, dass ich mich sehr beitragen habe. Ich werde aktiv unterstunden und nach der Zeit auch noch mal nachgefasst. Ich freue mich, dass ich den ganzen Schritt für den zweiten Schritt mitgebeinein. Und vielleicht kann man... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe ein paar Kommentare. Ich brauche mal ein, nach draußen, nach draußen. Was man einfach so zurück hatte, kann ich mir angekommen. Also in diesem Sinne, mein Leid sprägt das World Space, Zusammenhalt und diese Unterstützung von Kindern und Müttern. Ein kleines Leid zu kommen. In diesem Sinne, abends habe ich mich ganz herzlich gefressen. Bis bald. Und euch, wenn ich euch eigentlich, abends und ganz in diesem Sinne, in eurer Mütze. Nächste Woche wird es großartig. Ich bin Brigitte Steifel. Ihr seid leider noch dabei. Aus und ich sehe es wieder wieder. Ja. Ich habe einen schönen, schönen Wochenende. Es hat mich sehr gefreut. Schönen Abend. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.